Also fucking Rosse. Ue-so. 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 Und Ue-so. Bam. 0,1%. Ja. Und so fliegen auch Medi-Packs runter. Ue-so. Ich hab's kapiert. Das kann ja auch mal Spendabel sein. Oh fuck. Haha. Endlich. Komm schon. Du hast einen schweren Bauch. Du musst sterben. Endlich. Du hast einen schweren Bauch. 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 Du hast euch einen schweren Bauch. Und du währ. Auch was bist. Was ist das? Du und ich. Kampfergebnis. B. Werden wir zufrieden. Kapitelergebnis. Ich bin ja auch mit zufrieden. Und damit weiter. Gut, wir haben eine kleine Klinge freigeschaltet. Weiter. Ja. 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 Es gibt eine größere Autorität, um in dem Land zu machen. Das hat sich in den Tensionen in Pakistan gegründet, zwischen dem Land civil- und militärischen Liederschaft, mit vielen in der Regierung auf die IA-Military-Intelligence-Agencie... Unglaublich! Nach all das! Für die letzte Zeit, lass es gehen, Courtney! At least Armstrong will never be Präsident. Aber, ich meine, Ryden... Da ist er. Ich habe gute Nachrichten. Wir sind verabschiedet. Die neue Cooperation ist erstattet. Gute Arbeit, Doc. Ich denke, die Welt's erste Cyborg-Staffing-Firm ist offiziell open für Business. Wir sind für konstruktion und langfristige Behandlung. Aber das ist nur der Beginn. Der Potenzial für neue Rolle, die Cyborgs spielen können, ist limitlos. Und wir sind sicher, dass das nicht Kinder arbeiten? Die Kinder, die jetzt arbeiten können. Die resten, wenn sie von der Zeit kommen. Und es ist striktlich involuntär. Wir sind nicht hier eine Charität. Wir sind hier, oder? Die Behandlung selbst nicht sogar ihre Behandlung. Insofern, so lernen sie ein Trait. Vielleicht ein bisschen Disziplin, oder? Das ist nicht eine perfekte Lösung. Aber du weißt, was? Ja. 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 Ja, protGBeller Abschied. Ja. Ja. Ent Еrtag. Du weißt? Du bist schonист的 wie ich? Aber doch die ganzen particularen Errwiss? Du bist Schäufe Sonicin. Und du bist dinam Mes Sunday! Hmm? Du bist auch richtig heiß, oder? Und wo du das angefangen hast? Hm? Ffff Er hat mich auch geschehen. Er hat meine Leben geschehen. Ich erhebte ihm alles. Für einige Leute, er wird immer Jack the Ripper sein. Ich weiß alles über seine Vergangenheit. Er hat es schwer gemacht. Und er hat viele Menschen verletzt. Aber das ist nicht das Raiden, was ich weiß. Das Raiden, was ich weiß... ... ist ein herziger. Okay. Jemand war es jetzt offiziell zum Metal Gear Rising Revenge Let's Play. Hier seht ihr nochmal alle, die mitgewirkt haben bei diesem epischen Spiel. Das Spiel hat mir echt gut gefallen. Und im Nebenraum schreien gerade welche. Aber es ist egal. Ähm... Das Spiel hat mir echt richtig gut gefallen. Ich... Ich... Weiß nicht. Ähm... Ja. Das war einfach richtig gut. Dafür ein großes Lob an Konami und alle, die mitgewirkt haben. Ähm... Ich lasse euch jetzt mit diesen... Und die Band natürlich, die muss man auch loben. Weil die war natürlich auch sehr gut. Ich fand die Musik gut. Ich fand die Musikuntermalung allgemein gut. Ähm... Spiel... Wenn ihr es noch nicht habt. Oder wenn ihr euch überlegt habt zu kaufen. Mit zu... 100 Millionen, 1000 prozentige... Ähm... Kaufempfehlung. Macht richtig Fun. Auch wenn ich mich nicht so angehört habe, dass ihr es von macht. Ich... Red halt... Ein bisschen... Langweilig. Tut... Tut mir... Tut mir leid. Auf jeden Fall. Bis dann. Haut rein. Ich lasse das hier mit... Ich lasse es hier mit. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Und wie geht's business? Oh, gut, gut. Her doctor's research and staffing service certainly help. I hear world marshals looking for a buyer. Well, you cost them a lot of money, no? Not to mention killing their funding, literally. The break-taking program is finished, but the larger company is not, I'm afraid. Someone will buy them. PMCs are in demand once again. Yeah, fighting for reasons they don't understand, causes they don't believe in. Beg pardon? No. Nothing. So, your mind is made? You will not come back. Sorry, Boris. I understand. But then, what will you do? I've got my own war to fight. I've got my own war to fight. I've got my own war to fight. Oh, my God. Untertitelung des ZDF, 2020